Na komm, bub... 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 buuuuut. Wo bist du, mein kleiner Freund? Ah, da. Hab ich dich! Ah! Ha-ha-ha! Arschloch! Zwei, Alter. Ah... Ich brauche aber langsam mal wieder ein bisschen HP, Alter, HP Baxter. Ich bin nämlich kurz vorm Verrecken. Geht's nicht rein, okay, hoch. Ah, da ist ja der Medizinerste, Almea, Geh, und der bitte Schranke. Wenigstens etwas. So langsam wird's doch ein bisschen knapp mit der HP. Schaufel, Alter, Schaufel. Weg mit der Schaufel. Ah, el under el noche. Na unten springen, gassar. Tür öffnen. Und den nächsten Erste-Hilfe-Kasten. Gott sei Dank. Gibt's doch noch genug. Ah! Oh, fuck off. Ich hasse dieses Spiel. Scheiße, Mann. Wie ekelhaft da. Wie er jetzt kommen will. Fuck, kommt jeder aus dem Schrank gesprungen, die Olle. Ah, nee. Da krabbelt wieder was lang. Schön, schön, schön. Ich bin gerade herzlich am Arsch vorbei. Ich habe einen Herzinfarkt erlitten, Alter. Ich glaube, ich muss ganz ins Krankenhaus. Ohne Scheiß. Ich... Ah. Einen richtigen Krampf bekommen. Alter, tut das gerade weh. Nicht hingucken. Nicht hingucken, Luna. Nicht hingucken! Hat er denn eine Knarre gehabt? Das kleine Mistvieh? Diese kleine Kanalratte, Alter. Denkst du, ich folge dir einfach so? Nein. Abge... Ich kann sie dir mal abschminken, Alter. Ich gehe hier lang. Okay. Super. Toll. Warum auch immer man das machen muss. Das wird mir irgendwie gerade nicht so ganz klar. Ergibt für mich keinen Sinn. Achter, ah, okay. Damit das Rohr platzt und man da lang kann. Wo ist denn die kleine Ratte hin? Dieses widerliche Miststück. Äh, hier hätten sie doch wirklich mal irgendwie so ein Metallstück hinpacken können, oder nicht? Meint ihr nicht, Leute? Da hätt's doch gepasst. Na gut. Ich gehe da lang, wo ich lang soll. Abandoned Tunnels keep blah. Erstmal den ersten Wälder-Kasten aufschlagen. Falls gleich wieder so eine Scheiß-Szene kommt. Alter, wie die aus dem Schrank gesprungen kamen. Ich komme immer noch nicht drauf klar. Ich komme einfach nicht drauf klar. Da ist nix. Vielleicht hätten sie einen Schockmoment machen können, an dem da einer gegenspringt. Ein kleines Stricker quasi. Ach. Ach, komm schon. Nein! Nein, 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 nein! Hallo? Kommt doch kein Zug. So, ich kann jetzt wieder, kann ich, kann ich es wieder ein bisschen näher an den Mund dran machen? Bevor ich euch wieder umschreie. Gucken, was da hinten ist. Nichts, okay, ich gehe lieber wieder zurück. Bevor ich euch jetzt zukomme und mich umboxt. Die lebt doch noch, definitiv. Oder eher. Ratten, oh, wie geil die aussehen. Für Moni hat die, oh, vier Schuss. Der Wahnsinn. Das ist einfach der Wahnsinn, Leute. Damit bratze ich die jetzt alle weg, die hässlichen Vögel. Komm her, Atze. Alter, stirb! Wo, 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 wo ist der Kaliber? Kaliber, nein, aua! Arschloch. Du gehst mir jetzt... Du gehst mir jetzt... Äh, aber Kopfschuss. Weg ist er. Stehe ich grad voll drauf. Wo ist der Sack, der da schießt? Wie viel Schuss hat die noch? Fünf. Sehr schön. Da ist er. Alter. Alter. In your face! Motherfucker! Ein Schuss. Scheiß drauf, nehm ich. Nehm alles, was ich kriegen kann! Na ja, Hinweise. Eingesammte Vögel. Robenwerkzeug. Erstmal hier den scheiß Kackarsch da. Boah, gleich. So viele? Oh! Okay. Boah, Ratte. Die das voll nichts gebracht hat. Ada. Na komm schon. Oh, ich hab's doch gesehen. Piu! Piu! Reicheisen. Ich glaub das brauch ich gleich. Er speichert Punkt. Arschloch. Stürb, du Eländer. Fall ins Gesicht. Oh ja, reck dich ruhig auf. Oh, stopp. Da fliegen die Zähne. Ah, da fliegt er in den Maul. Alter, stopp doch mal. Ah, du hässlicher. Kriegst doch einen Arsch halt oben drauf. Ah. Puh. Da kann man nicht rauf. Finde ich äußerst schade. Aber hier kann man bischen. Da oben ist jemand. Use Brecher. Nein, Alter. Jetzt mach doch mal. Komm. Wo? So, jetzt. Oh, oh, oh. Ist so gut. Untersuchen Sie mit dem Werkzeug. Die Beweismittel finden Sie. Finden Sie. Finden Sie Beweismittel. Ah. Ein Schuhabdruck. Ein Schuhabdruck. Ein Schuhabdruck? Zum Schmerz? Die gleiche Plasterdust wie vorhin. Die Daten des Transfers sind bereit. Ah! Die Parts? Parts! I should probably go down there. Yeah, just don't get carried away. Shit, the cops don't even drive down Birdside unless they have to. It's a nasty ocean. Nasty people. And the people down there are different. They go beyond nasty. Stand clear of platform. Stand clear of platform. Metro station daily roads are now beginning for Tuesday. Route 6 to 12th Avenue. Route 9 to New Montgomery. Route 16 to Birdside. Route 16. Do not hold train doors. Route 16 to Birdside. That train will take you directly to the department store. If I hurry, I'll just make it. Lena, komm her! Lena! Jetzt auf's dem Maul! Was kannst du da haben? Leider hochsteigen, Alter. Ruff da, ruff da, ruff da. Tätere! Wie viele hier sind, ey? Na komm her! Leider Junge! Na komm her, Alter! Du hässlicher Zombie-Ficker! Geh sterben! Haha, was mach ich da? Vier, Alter! Voll ins Gesicht! Stück Scheiße! Runter mit dir! Ich brauch hier oben keiner! Ekelhafter! Die hat dich abgehauen, die feige Sau! Hat die erst mal voll gegen die Wand geault, Alter! Hat die da voll Jechen geault! Geh weg! Lässliche Otze, Alter! Stirb, Mann! Die ihren Scheiß verlieren! Guck nicht so dämlich! Guck nicht, der Blöde! Geh weg! So! Äh, zum Pläppern! Naja, da geht's halt lang! Oder geht's halt lang? Ja! Guts! Okay, okay, okay! Viel Spaß! Ich geh erstmal hier lang, ganz gemütlich! Schroffütter nehmen! Mit fünf Schuss! So hat das auszusehen! Jaja, ist ja gut, ich komm doch schon! Ihr müsst nicht nach mir rufen! Ach, Mensch, Leute! Ja!